Ich bin Inspektor English. Das ist Inspektor Maigen. Wir möchten mit Ihnen über Ihre Tochter reden. Sie ist seit 22 Jahren tot. Da kommen Sie ein bisschen spät. Sie war befreundet mit einem Kevin Nyes? Er wurde vorgestern Nacht ermordet. Wir fanden seine Leiche im Tenderloin-Viertel. Er war ein Zuhälter und abhängig. Er hat unsere Tochter getötet. Wenn Sie raus sind, wer ihn getötet hat, dann gratulieren Sie ihm von mir, okay? Das fanden wir unter der Leiche. Das müsst ihr sehen. Guckt euch die E-Mail an. Die ging raus an Eric Blunt? Woher kannte der Typ Eric Blunt? Uns war immer klar, wir müssen das vor dem Börsengang unterdacht im Fach haben. Er greift meine Integrität an und die Integrität dieser Firma. Erinnern Sie sich an die Nachricht? Ich kriege 3000 E-Mails am Tag. Sind das alles Erpressung? Ich regle das. Lass mich an dir riechen, du Süßes. Harry! Murder in the First. Die komplette erste Staffel. Jetzt als DVD. Ihre früheren Kollegen, die Chaos-Zwillinge, versuchen wieder Menschenleben zu retten. Ich mag wieder.